Hast du schon mitbekommen, dass dein Ex-Mann eine neue hat? Ja, das kriege ich ja leider alles mit, weil ihr Presseleute mich jeden Tag anruft. In Österreich, da klingelt ich laufend mein Telefon, was sagst du dazu? Und hier so, wo jemand sagt, na Leute, lasst mich damit mit dem Blödsinn in Ruhe. Ruft die anderen Echsen an, die sonst nichts zu tun haben. Und fragt die, weil die springen auf den Zug auf und die freuen sich drüber. Von mir aus, ich wünsche ihm alles Gute, er soll 120 Jahre alt werden. Und von mir aus kann ein Fünfer am Einfänger haben, das ist mir vollkommen egal. Ich will endlich einen geilen Mann finden, mir ist doch egal, was der da macht. Er soll glücklich werden und so gut ist. Die prominentesten Bilder aus München, unterstützt von Foto-Video-Sauter.